Wir sind ja insgesamt in vier verschiedenen Bereichen unterwegs. Der erste große Bereich ist tatsächlich die Feuerwehrausrüstung, also die Ausrüstung von freiwilligen Feuerwehren, Werkfeuerwehren und Berufsfeuerwehren mit allem was man braucht. Der zweite große Bereich ist Schifffahrt und Tauchtechnik, wo wir Feuerwehrausrüstung an Bord liefern und auch für die Leute, die eben an Bord für den Brandschutz abgestellt sind, also auch persönliche Schutzausrüstung. Der dritte Bereich ist der sogenannte vorbeugende Brandschutz. Das ist das, was man hier sieht an Brandmeldeanlagen und Rauchmeldern. Und der vierte Bereich sind unsere Werkstätten, wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben, alles was wir liefern auch warten und reparieren können. Denn wenn Sie eine Brandmeldeanlage haben und die im Zweifelsfall nicht funktioniert, dann ist es ja keinem geholfen. Also insofern für alles das, was wir kaufen, liefern wir auch die entsprechende After-Sail-Dienstleistung. Also das heißt alles, was mit Feuerwehrausrüstung und Brandschutz zu tun hat, kriegen Sie praktisch aus dem Hause Dohmeier. Und das wiederum heißt, dass wir an dieser Stelle mit unseren Lieferanten, mit unseren Herstellern, aber auch für unsere Eigenprodukte immer auch den Fokus darauf haben müssen, wie ändern sich die Zeiten und müssen immer eigentlich vor der Entwicklung sein und nicht erst immer hinterherlaufen. Und deshalb ist es auch ein Novum von Dohmeier immer dafür zu sorgen, dass insbesondere die Kommunikation und auch der Zusammenhalt mit den Banken nicht nur immer dann passiert, wenn wir Geld brauchen, sondern auch im Kontinuierlichen machen wir natürlich auch ein Reporting. Wie geht's uns? Wir machen ein Jahresgespräch. Die Firma Dohmeier begleite ich schon seit über 20 Jahren, habe 1998 den Einstieg von Herrn Allerdissen mit begleiten dürfen. Und das, was ich bemerkenswert finde, ist, dass das Unternehmen von Feuerwehrausrüstung sich extrem diversifiziert hat, also ganz breit aufgestellt und gehört zu den fünf größten Unternehmen dieser Branche in Deutschland. Als ich hier angefangen habe, gab es Herrn Köpke schon und den gab es auch schon eine Weile. Und insofern steht es halt für eine große Stabilität und Verlässlichkeit. Und ja, also ich bin sehr zufrieden mit der Betreuung der Sparkasse.